Hey! Hi! Na? Hi! Moin! Moin! Da! Show! Da! Crew! Bier! Bengt! Glas! Bier! Gerd! Bo! Chris! Gerd! Brumm! Gas! Blink! Brems! Hup! Blink! Brems! Au! Good job! Bier! Ihr habt unser Showkonzept heute schon verstanden, ne? Einsilbig! Einsilbig! Hi! Bier! Bier? Gut! Gut! Und Bier! Auch wenn wir uns vorgenommen haben, dass diese Episode komplett einsilbig bleibt, das ist die Ausnahme. Meine Damen, Damen, meine Herren, Damen, also unser Ziel war, was wir das ändern? Top Ten! Haben wir geschafft! Geil! Ich hab richtig geschätzt! Neun! Geil! Alle guten Dinge sind neun, würde ich sagen! So, Bruder, weit! Tschüss! Ah! Ah, ja! Ja! Tuts! Ah, ja! Ja! Geil! Lecker Stück Butter. Morgen zeige ich euch, wie man dann wunderschönes Stück Butter frikiert. Bis dann. Können wir natürlich mal schreiben. Mensch, schön gut. Hallo. Von dir. Hey! 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 Was für eine Scheiße! Geil!